So, herzlich willkommen zurück zur nächsten Forschungsstation. Smog Alarm heißt die wohl. Ich bin euer Kellerfahrt, sehr schön, dass ich wieder da bin und begrüße euch zu Spiderman. Im Super Dark Outfit, das wir von Black Cat bekommen haben. Diese Station überwacht die Luftqualität. Sie ist sehr viel präziser als alles, was derzeit zum Einsatz kommt. Wenn diese großräumig verwendet würden, könnten wir die gesamte Stadt in puncto Lebensqualität weit nach vorne bringen. Aha, ist es wieder mit den Tauben? Nein, warte mal, Luftqualität. Die Station ist einfach, aber wirklich wichtig. Sie misst Giftstoffe in der Luft. Oh Gott, das schon wieder. Das hatten wir schon. Schlechte Luft wirkt sich auf Kinder und ältere Leute stärker aus. Das war für meine Mom ein großes Thema. Mhm. Wenn die Informationen korrekt sind, ist viel zu viel Schwefeldioxid in der Luft. Ich habe die Spidey-Vermutung, dass darin ineffiziente Auspuffrohre schuld sind. Wenn ich frische Proben habe, kann ich Marke und Modell identifizieren und anzeigen. Das hatten wir wirklich schon. Sag mal, habe ich das? Bin ich dumm? Ich glaube, ich habe das ja schon mal gemacht. Naja, egal. Okay, das habe ich. Cool, oder? Das tut mir nicht gut. Wem würde es denn gut tun? Aber wenn es dir schon nicht gut tut, wie kann es denn irgendjemandem jemals gut tun, das Ganze? Gut. Doch, nur noch ein paar Pum. Das stinkt. So ist es. Soll auch nicht gut riechen, glaube ich, Smog. Du wärst ja auch kein Smog. Nur noch ein paar. Ich glaube, wenn man in so einer Forschungsmission ist, dann kommen eigentlich nie die Drachen daher. Ah, die Dämonen. So. Hab's. Noch eine letzte. Stirb nicht. Stirb nicht. So, und jetzt? Okay. Anscheinend haben wir drei Schuldige. Ich brauche Beweisfotos von ihnen. Okay. Ich fahr mal da lang. Ich mach Fotos. Wie früher beim Bugle. Das Leben war viel einfacher damals. So fanden die so schnell. Sind die auf der Flucht? Eins weniger. So. Oh, die sind teilweise weit weg. Aber das geht. Ich komme dahin, wo ich hin will. Das behalte ich. Geil. Das habe ich jetzt gut gemacht. Jetzt muss ich mich mal tatsächlich selbst loben. Das war nicht schlecht. Ja, schade. Die Mission hatten wir schon. Aber da war auch ein defekter Schornstein dabei. Also, es ist... Ein bisschen anders ist sie. Aber es war vielleicht in einem... Hopp. Und... Ka-ching. Und der Hattrick. Alles abgeschickt. Das löst eine Rückrufaktion aus. Mit freundlicher Genehmigung der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Der umweltfreundlichen Spinne aus der Nachbarschaft. Smog-Alarm abgeschlossen. Jahaui. Wow. Okay. Wow. Hier, verbrechenstechnisch, müssten jetzt mal Dämonenverbrechen auftauchen. Wir machen uns auf den Weg zu unserem Hauptquest. Und wenn es da ein Verbrechen zu lösen gibt, dann werden wir das Verbrechen lösen. Es wird es, wenn dann, ein Dämonenverbrechen sein. Halleluja. Ach ja, wir müssen ja zu fiest. Ja. Da meine Anzugkraft eh da ist. Die Dämonen legen einen Gang zu. Sie sind schlimmer als Fisk es je war. Willkommen zur Flugshow. Wie schaut's aus? Ich mach' nen Takedown. Oh ja. So macht's Spaß. Und weiter? Wozu brauchen die Dämonen so viel Geld? Das war's. Wer weiß, wer weiß. Es ist und bleibt ein Rätsel. Ja, jetzt seid ihr auch da. Cool. Tschüss. Ich hab' eure Arbeit gemacht. Mal wieder. Dankeschön. So. Und damit der Cut. Oh amen will ich print. Ich mache es nicht ganz schlecht. Untertitelung des ZDF, 2020